Dein Vater wäre sehr stolz auf dich. Du brauchst an, wenn ihr angekommen seid. Blöde Aussage. Blöde Aussage. Blöde Aussage. Hush, little baby. Ein paar Spaziergänge haben sie gefunden. Das sieht mir nach einer verdammt kranken Scheiße aus. 40% der Deutschen haben in ihrem Leben einen chirurgischen Eingriff vornehmen lassen, der allein auf den Beauty-Wahn zurückzuführen ist. Noch schlimmer sind aber die Leute, die solche Menschen unterstützen und das in die Hand nehmen und als Götter in Weiß angesehen und von allen geachtet und angebetet werden. Hoffentlich wird das nicht wieder so eine Monster-OP.